so weiter geht es heute mit dem bus simulator in die reinkommenden ansteckung in der fahrrad habe ich bin mindestens 180 fahrgäste ok das haben wir noch auf die reihe bekommen die frage ist wo fahren wir lang wir machen zwar eine neue strecke wir dürfen jetzt in den osten also in den norden nein ja ich würde ja gerne jetzt weitermachen wenn ich die ganzen infos die ganze dabei ich kann ja ich kann hier irgendwie gerade nicht jetzt können wir vielleicht wahrscheinlich auch mit dem links bewegen ja jetzt können wir das auch bewegen ok die frage ist wo geht es hier weiter jetzt ist stopp wir müssen jetzt eh ein bisschen wir machen heute mal eine etwas längere fahrt da geht das gerade nicht und dann die enthalte stelle hier hinsetzen so speichern wir fahren mit wir fahren mit unseren so kann ich das jetzt irgendwie mit einem eigenen wir wollen auch mit dem neuen bus fahren oder so cool dann fahren wir mit dem neuen so kommen wir nicht irgendwie mit dem neuen fahrer erweiterte einstellungen ne das nicht regnerischer tag wie viel mit dem neuen bus fahren navigations ding navigations ding jetzt habe ich ja mit bekommen und dann haben wir heute mal einfach längere rados regnet es regnet der erde wird nass so das ist jetzt ein neuer ist der neue bus den muss ich mich jetzt muss ich mich jetzt muss ich mich in den neuer da ein bisschen rein faxen du brauchst eine fahrkarte du ja pech eine fahrkarte bitte eine tagesfahrkarte du bist standard und dann aber auch passend habe ich hier eine tasche für einen scheibengeschaut und rampe motor ein aus ich muss mich für sie gewöhnen die haben ja echt mal ich werde die eisekalte in der stadt überholt weißt du und da kommt was entgegen scheiße ne so 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 ist der wirklich neu oder der ist neu ja er ist gekauft in der letzten Folge okay du willst dich einschalten okay dann Tür zu so 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 Überraschende Wendung. Guten Tag. Gesundheit. Nach den vier Folgen Feuerwehrsimulator geht es heute mit dem Bus-Simulator wieder weiter. Beziehungsweise heute in der zweiten Folge sind ja da noch zwei insgesamt. Das ist die Gewerkschaft, um hier so in einer Party-Location zu sein. Das haben wir schon öfters mal vorgekommen, diese Zwischengespräche. Also man dachte, ich habe da zu Zwischenseiten mal ein bisschen auf diese Zwischengespräche unter den Fahrgästen. Du hättest gerne ein paar Fahrkarten, du bist da. Ja, ich bin doch wünftig. Das ist nicht mein Problem, wenn ich gesagt habe, ich fahre nur. Jo, brauche mehrere Fahrkarten. Ja, kriegst du. 16,40 kriegst du zurück. Danke. So. Scheiß auf die Uhrzeit, wenn ich nicht bin. Stoppa. Er ist heute nicht nach arbeiten. Auch nicht immer. Ach. Tag. Senior. Und gewinft. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar. Danke. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Wochenkarte kriegst du. Woche Standard 1. 1. So. 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 Wenn du. So. 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 passen, das ist schön. So, ich brauche mal den Tadah, Fagis, Hauptbeleuchtung, aber ich wüsste hier, der Sonnenblende brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir sind eh zu spät auf der Tour. Oh, sieh dir das an, ist das nicht wunderschön. So, was, ein Scheiß, Alter, da war das ein Fußgänger, sehe ich ja Gott sei Dank noch. So, was, 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 was. Ich habe keine Angst, was ich da. Ahem. Ich habe keine Angst, nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die aus die aus und die aus so und jetzt muss man denken diesmal an den motor auszustellen was eine fahrt wenn wir nicht doch zu spät gekommen wäre es aber gut gewesen so was war aber noch angebote haben bewerbung oder noch nie im ausland kann man nur eine 1 naja dann war sie mit der einzige der mich hier mit dem herrgeid ist der hier ein bisschen kurzsichtig unter Angst verweist ein Kaninchen glaubt die Welt stünde vor dem galaktischen Kataklysmus der hat bestimmt irgendwas genommen keine ahnung ich nehme den mal raus wenn ich ehrlich bin das ist mir zu heiß sind wir pünktliche Erfahrung im Taxi gesammelt sehr gut das ist immer gut gut da nehmen wir den mit dann gehen wir mal im Busdepot wir haben einen neuen Bus gekauft warte mal so Statistiken Streckenplanung kann ich jetzt nicht irgendwie mal eines nehmen ah Fahrrad zu weisen da war das meine Busse ok du fährst ähm da fährt die den hier zugehende Busse beauftragen ja genau dann machen wir das fährt jetzt die Strecke an so Strecke gelöscht ja bitte nehmen wir mal raus dann nehmen wir die andere Strecke dann nehmen wir die andere Strecke jetzt mit einem nein will ich nicht so Fahrrad zu weisen dann kommt die zweite jetzt die jetzt hier fährt jetzt mit dem zweiten Bus und darf jetzt beauftragen ne warte mal hä wieso ist das denn die zweite nicht ok dann ja ja die war mit dem hier genau ja beauftragen der fährt jetzt die Strecke ok ich weiß was wirklich ein bisschen verwirrend manchmal ist der nein ok die warte mal ich muss wieder ein bisschen raus aber ein bisschen wir sind manchmal ein bisschen verwirrend hier dann geht der raus und du fährst nein du fährst mit dem hier wunderbar gut dann passt das soweit gut ich drücke ein kleiner dann war es das heute es ist das nur 기로 ich habe es das ich